Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Was zur Hölle machen wir jetzt? Hey! Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein! Entschuldigung! Das ist der Weg auf der Straße. Eason? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Eason. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Eason, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? 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 Mami? Hier lang. Wie? Ethan? Dann... Ethan! 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 Was war das? Ethan! Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.